Nate Diaz deutet einen weiteren Boxkampf an, Paul Rear will ein Rematch und Jon Jones geht angeblich gegen Colby Covington vor. Das sind die Themen des Tages, mein Name ist Flo, viel Spaß bei den MMA News. Als allererstes gehe ich mal ganz kurz auf die Dana White Contender Series ein, die diese Woche stattfand. Kurz davor kam ja die letzte Folge MMA News. Ibu Aslan aus Österreich siegte dort in der ersten Runde durch TKO und ergattete sich den heiß begehrten UFC-Vertrag. Gemeinsam mit Roman Dolize in der Ecke konnte dieser Sieg gefeiert werden. Der ein oder andere wird sich jetzt vermutlich denken, dass Österreich doch nicht Deutschland ist und der ja auch mit einer türkischen Flagge einlief, aber ich finde es sehr erfreulich. Wenn wir es schon nicht schaffen, die UFC nach Deutschland zu holen, drücken wir wenigstens die Daumen für ein Event in Wien. Eventuell ziehen er und Rakic das ja tatsächlich an Land. Nate Diaz hat die Woche mal wieder eine Aussage getätigt, in die einiges reininterpretiert werden kann. So schrieb er auf Twitter einfach nur, na, we boxe ihn. Was man sich jetzt daraus halt erschließen könnte, wäre, dass die Verhandlungen mit der PFL bezüglich des Kampfes gegen Jake Paul im MMA scheiterten und er den Kampf nun eben ein zweites Mal im Boxring bestreiten will. Meinte ja vor dem Event, dass die PFL für ihn ausgeschlossen ist und danach dann, dass es wenn, dann eine Kooperation sein muss und er seine Marke Real Fighting Incorporated mit auf dem Event platzieren will. Gut möglich, dass die PFL letztere Bedingungen halt dankend ablehnte und Diaz mit dem Tweet wirklich sich und Jake meinte. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Wer offenbar eines Morgens aufwachte und Rache als Motto für den Tag wählte, war Dustin Poirier. Zumindest hat der gestern auf Twitter einen Rematch mit Gaethje gefordert. Meinte zu Beginn erstmal ganz nüchtern, dass er so schnell wie möglich wieder einen Cage will, aber schrieb dann eben, dass die beiden 1 zu 1 stehen und ein dritter Kampf passieren muss. Er schlägt als Austragungsort direkt New Orleans vor. Wirkt jetzt wohl erstmal wie ein sehr unwahrscheinliches Aufeinandertreffen, wo er doch so klar gefinisht wurde. Und ich bin auch nicht wirklich zuversichtlich, dass er den Wunsch erfüllt bekommt, aber wenn Charles eventuell gegen Islam gewinnt und die eventuell auch eine Trilogie draus machen, wer weiß. Auf jeden Fall hat Poirier noch nicht genug und will aktiv werden. Das ist doch auf jeden Fall erfreulich. Ein bisschen was zum Titelkampf im Welterweight gibt es dann noch zu berichten. Es scheint ja klar der Plan der UFC zu sein, dass Colby Covington als nächstes gegen Leon Edwards ran darf. Auch nachdem da sogar ein paar der sonst ja sehr handzahm erzogenen Reporter auf Pressekonferenzen nachhakten, hielt Dana ja ganz klar an diesem Vorhaben fest. Dass Fighter selbst sich auch noch kritisch äußert und war natürlich auch vergeblich. Spekuliert wurde lange, dass wir den Kampf Ende des Jahres sehen werden. Auch Edwards selbst meinte immer mal, dass die UFC ihm mitteilte, dass das der Plan sei. Jetzt können wir uns halt mal vor Augen führen, dass es dafür noch drei denkbare Pay-Per-Views gibt. 293 in wenigen Wochen in Australien. Da fehlen irgendwie echt noch 1-2 Kämpfer auf der Karte, aber das Event ist halt am 9.9. Sehr unwahrscheinlich, dass da so spontan noch ein Titelkampf dazukommt. Dann haben wir UFC 294 in Abu Dhabi. Titelkampf im Lightweight. Chimaaf kämpft. Anka Laaf gegen Walker findet statt und einige andere Leckerbissen. Nicht undenkbar, aber irgendwie wäre das jetzt auch nicht die erste Wahl. Hätte ich picken müssen. Wo Colby und Edwards kämpfen werden. Warum will man das in Abu Dhabi stattfinden lassen? Also war halt die Mutmaßung der allermeisten Fans, dass es UFC 295 wird. Zum Jahresabschluss nochmal eine richtig fette Karte. War ja schon sehr oft so, dass der letzte Pay-Per-View nochmal eine richtige Ansage war. Colby Covington war jetzt aber zu Gast auf dem YouTube-Kanal von Michael Bisping und sagte dort, dass John Jones, welcher Headline dieser Karte sein wird, angeblich zu Leuten der UFC ging und meinte, dass er sich weigert, auf derselben Karte zu kämpfen, wie Colby Covington. Die beiden kennen sich halt schon seit College-Tagen und können sich nicht so wirklich gut leiden. Ob das jetzt wirklich so lief, dass John sich dafür stark machte, Colby von der Karte zu halten, ist jetzt natürlich die Frage. Und ob es wirklich nicht passiert, damit natürlich auch noch nicht garantiert. Aber es scheint ja schon so, als ob Colby die Fans darauf einstellt, dass das nicht allzu wahrscheinlich ist. Sehr schade. Wer wohl vorerst nicht mehr im Cage stehen wird, ist Daniel Rodriguez. Der sollte ja eigentlich am 16. September gegen Santiago Ponzinibbio kämpfen, wurde jetzt aber positiv auf Osterine getestet. Es scheint wohl ein sehr kleiner Wert zu sein, der da von der USADA festgestellt wurde und Rodriguez selbst vermutet, dass der wohl durch kontaminierte Supplements zustande kommt. Er schreibt auf Instagram, dass er auf jeden Fall mit der USADA kooperieren wird und versuchen wird, den Grund für den angesprungenen Test aufzudecken. Eine Dauer der Suspension ist auch noch nicht bekannt. Man kann D-Rod ja auch einfach erstmal glauben und hoffen, dass es vielleicht wirklich nicht mehrere Monate werden, aber gegen Ponzinibbio wird er vorerst nicht kämpfen. Das scheint festzustehen. Kommen wir auch schon zu neu angesetzten Kämpfen. Als allererstes würde ich erwähnen, dass Marina Rodriguez am 23. September gegen Michelle Waterson Gomez kämpfen wird. Ottman Azaita hat auch wieder einen Kampf gebucht, musste ja zuletzt die ersten beiden Niederlagen seiner Karriere hinnehmen, beide auch noch vorzeitig in der ersten Runde und plant jetzt am 18. November gegen Darius Flowers wieder erfolgreich zu werden. Kann euch ehrlich gesagt bisher wenig zu dem Gegner sagen, außer dass er durch eine seltsame Schulterverletzung in der Dana White Contender Series siegte, danach sein Debüt in der UFC verlor und nun erstmals vom Welterweight runter ins Light Heavyweight kommen wird. Hat Phasen seiner Karriere sogar im Mittelgewicht gekämpft. Und ein absoluter Banger im Welterweight wurde noch fixiert. Kevin Holland selbst verkündete auf Social Media, dass er am 16. September gegen Jack de la Modalina kämpfen wird. Das ist die Karte am Feiertag der mexikanischen Unabhängigkeit, auf der ohnehin schon ungewöhnlicherweise ein Titelkampf zwischen Grasso und Shevchenko platziert wurde. Die war ja immer sehr dick besetzt und ist auch immer noch sehr ansehnlich, aber es sollten ja eigentlich noch Schafgat und Gestelem darauf kämpfen, sowie, wie gesagt, Daniel Rodriguez und Santiago Ponsenibio. Beides leider ausgefallen und die UFC scheint wirklich zu planen, da richtig was aufzufahren. Schiebt also diesen Banger nach. Ein paar Kämpfer außerhalb der UFC will ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, auch wenn es sich nicht mal um MMA handelt. Die zumindest in meiner Wahrnehmung größten beiden Muay Thai-Lagenden überhaupt treten am 4. November bei Bernackel FC gegeneinander an. Die Rede ist von Buakau und Senchai. War ja schon mal angesetzt der Kampf, musste dann doch abgesagt werden und hat nun ein neues Datum. Gab auch schon ein weiteres Face-Off für den Kampf, nachdem ich auf jeden Fall persönlich klar für Senchai roote. Darüber hinaus werden bei One Championship Maiki Musumechi und der ehemalige Lightweight MMA Champion Shinya Aoki gegeneinander antreten. Aoki ist auf jeden Fall schwerer und ist ein starker Grappler. Auch sein Judo könnte eventuell hierunter hilfreich sein. Ich würde ihn jetzt niemals favorisieren, aber das könnte ein spannenderes Match werden, als es sonst so ist, wenn ein Grappling-Spezialist auf einen MMA-Fighter trifft. Stattfinden wird der Kampf laut Alex Berhunin am 6. Oktober. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf das Wochenende. Natürlich sticht da am meisten der kommende Pay-Per-View hervor. Habe ich einen Podcast so aufgenommen, wer noch ein paar Infos zu dem einen oder anderen Match braucht, kann ich natürlich gerne mal abchecken. Worauf viele Leute spekulieren ist ja, dass wir im Rahmen des Events tatsächlich ein Datum für Chandler gegen McGregor bekommen. Dana meinte mal zu Beginn der Show, dass wir noch im Rahmen der aktuellen Season, die Ultimate Fighter, ein Datum für den Kampf bekommen. Auf den Prelims finden halt die Finalkämpfe statt. Von daher wird es dann wohl Zeit, sollte er sein Wort halten wollen. Brad Katona, einer der Finalisten, hat die Woche Aaron Bronstatter mitgeteilt, dass wohl Conor McGregor Ringside sitzen wird. Dana jedoch meinte auf der PK zum Event, dass er nicht kommt. Also keine Ahnung. Chandler hat uns auch diese Woche noch daran teilhaben lassen, dass die zu dem Kampf noch verhandeln. Aber gut, könnten sich ja theoretisch auch auf einmal ganz schnell geeinigt haben. Ich nehme auf jeden Fall Wetten an, ob wir das Datum bekommen oder nicht. Ich glaube, die Quoten für kein Datum sind aktuell die besseren. Aber wir lassen uns überraschen und uns das Event natürlich ohnehin nicht davon vermiesen. Ansonsten findet noch Glory 87 statt. Jihad Akipa tritt da als deutscher Vertreter an. KSW 85 findet noch statt. Titelkämpfe im Light Heavyweight sowie Federgewicht könnten verfolgt werden. Und in der PFL gibt es die Halbfinals der Schwergewichte der Männer sowie Federgewichte der Frauen. Mit diesen Infos beende ich die heutige Folge. Ich danke wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch natürlich generell ein angenehmes Wochenende. Verlasst neben dem ganzen Kampfsport auch mal das Haus. Vielen Dank natürlich auch nochmal zum Abschluss an meine Unterstützer auf Patreon. Lasst ein Abo da, solltest du neu auf dem Kanal sein. und als MMA-Fan auf dem neuesten Stand bleiben wollen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.